Boah, hast du nur jetzt die Laugenkleidung gepackt? Achso, da ist es glaub... Erstmal nicht während des Streams. Was? Erstmal nicht. Ja, ist doch gut. Was denn? Ah, jetzt. So, wir hatten gerade technische Schwierigkeiten. Haben deswegen gerade uns nur besprochen. Ja. Wie wir jetzt weitermachen. Ja, wir sind Level Up. Jawoll, Level 14. Ein Level fehlt noch. Ein Level noch, da haben wir einen Baseballschläger. Oh, gut, dass wir den Einzelmangel beheben wollen. Jetzt brauchen wir nämlich dann extrem viel. Ja. Wie gesagt, das beheben. Dann komm ich in den Baseballschläger und mich gleich upgraden. Und ich freue mich schon auf den Vorschlaghammer wirklich. Den freue ich mich wirklich am allermeisten. Oh, dann wird dir kein Auto mehr stehen. Äh, ja und das... Vorsicht, da kommt der Dicke. Reise vorbeischleichen. Reise vorbeischleichen. Nicht so nah. Bist du einfach nicht so nah an. So. Ah. Wieso ist in dem Haus Elektroschrott? Und wieso steht hier noch ne Heizung? Waren wir da einfach nicht gründlich genug? Nein, scheint wohl so. Unmöglich. Zwiebeln! Können wir auch anpflanzen. Achso und äh, falls hier grad jemand zuschaut. Nein, tut keiner. Achso, gut. Dann brauche ich das dann noch nicht erwähnen. Achso. Brauchen wir ja. Gucken wir mal was anbauen. Wie gesagt, das ist nicht so... Ich mach das einfach, weil es mir Spaß macht. Ja, mir auch. Und nicht zwei Leute dazugucken. Ja. Ähm. Warte mal ganz kurz. Wo... Wo war denn das Lagerfeuer? Ach, da unten. Wir müssten noch mal drei Gummi aus der Kiste holen, ne? Ja. Ich pack doch gerade erst mal ein. Ja, wärst du so freundlich, das bitte zu erledigen? So... Eins, zwei, drei. Supi! Ja. Und deswegen haben wir auch das Gummi noch nie ausgegeben. Ja, zum Glück. Das war auch richtig so. Das brauchen wir nämlich sowieso. Ja, wir haben ja auch... Äh, hier lang. Äh, ups. Falscher Weg, fast. Äh... Nicht so nah an. Oh, Alter, ich bin fast in die Graben gefallen. Ja. Yeses Maria. Oh. Hier sind ja die weg. Und somit wäre das nicht so... schlimm gewesen. So. Da findest du doch lustig, wenn ich da reinfalle. Ja, ja. Ich würde dann... Ich würde dann natürlich den Applaus-Knopf drücken. Was glaubst du denn? Das war so klar. Oh, 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 oh. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, oh, ich vergiftet. Ja, der kleine ist ja egal. Halt das Lagerfeuer, das Lagerfeuer. Anzünden. Und leicht heransetzen und leicht heransetzen und leicht heransetzen. Ich begrüße natürlich alle, die gerade live dabei sind. Ja. Oh. Das kam 8% EP. Das ist doch Horta. Ja. Ach so, ach so, dass alles gelegenerer Schüler. Und noch mal Horta. Doch. Nee, gelegener Schüler, alle durch alles. Ja. Oh. Ja, mehr EP, mehr EP. Juhu. Ja. Und man, ich höre mich gerade an. So eine Erfahrung. Junkie. Ja, sind wir auch, also. Ja, wie stimmt das? Ja. So. Oh nein, nicht die schon wieder. Weg damit. Geht leider immer wieder auf. Ach du Scheiße. Werf Zombie. Stirb. Ah. Krass aber alles. Vorauszug nicht erfüllt. Stufe 15. Oh. Fester Verarsche hier. Gleichheit. Na. Wir brauchen immer noch, wir brauchen 3. Ja, wir müssen, wir müssen hier jetzt, wir müssen jetzt, hier lang. Ja. Ja, ich weiß, ich komme auch schon. Ja. Oh ja, ich lasse es jetzt. Ja. Ja. Und da wir jetzt Erfahrung mit dem Spiel schon haben, bringt uns das sogar was, weil wir dadurch weiterkommen. wir werden. Wir werden. Wir werden. Schrei Hals. Vorsicht. Oh nein, ich bin nicht in den eingerannt. Ich wollte ihn auch heute überraschen. Hoppla. Das soll nicht meine Absicht. Da kommt noch jemand. Ja. Ich wollte ihn eigentlich gerade überraschen. Vorsicht. Oh, zwei Fans. Drei Fans auf einmal, ey. Ey. Leute. Ich wollte keine, ich gebe keine Zombies Autogramme. Tut mir leid. Ich auch nicht. Nicht mein Job. Ne, nicht mein Stil. Und bezahlt mich dafür auch nicht, also. Was soll ich das Autogramme geben für euch? Oh, 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 oh. Kann ich mir auf den zu geben. Echt, hier. Vorsicht, heil dich. Wollte ich ja, habe ich ja gerade. Bloß der Zombie hat dann gesagt, äh. Ja, ich wollte ihn gerade ablenken und hab ihn dann gekillt. So. Hab mich auch mal geheilt. Bin voll erreicht erstmal. Suchen. Was haben wir? Ja. Echtronnteile. Jawoll. Ja. Oh, ich ahne, wo wir sind. Ich ahne es. Ich sehe schon. Oh, oh. Ja. Ja, das Gebiet kann wir leider nicht durchqueren, weil es noch die Gasmaske fehlt. Nein, das ist das andere Gebiet. Das wäre nach oben. Ach so. Nein, hier ist gerade nur die riesige Schlucht. Wir müssen nach oben. Ja. Warum ist es hier? Ah, das können wir abbauen. Jawoll. Nein. Nee, noch nicht. Warum 40? Okay, hab ich nicht gesehen. Wo genau ist es wie lang? Durchs Haus. Ausfall der Zombies bis vor. Der ist Wahnsinn, der Junge. Nee. Äh. Wir sind noch nicht stark genug, um einmal den Wagen da wegzuräumen. Ja. Das ist ja eben so. Aber das bringt nichts. Tja. Und nicht schwer, das ist ein Werftzombie. Wo müssen... Nein, wir müssen mal den kürzesten Weg suchen. Hm. Elektrosport. Oh. Und da ist der Heizung. Ja. Äh. Wir haben aber keinen Platz. Ja. Momentchen mal. Ah, ich ahne es, wie wir hinkommen. Wir müssen jetzt... Hier lang. Nicht... Äh. Ich würde jetzt... Ey. Machs weg. Zerstörs. Mann. Lockier mir doch nicht den Weg. Zuhör. Ich steh vor. Ja. So. Ah, die Tür ist blockiert. Na klasse. Dann müssen wir. Nein. Kannst du nicht. Achso. Kannst du nicht. Na toll. Na, wir geraten. Jetzt müssen wir da durch. Oder was. Ja. Granatenzombie. Was macht der denn hier? Oha. Aua. Der hätte jetzt ordentlich Schaden gemacht, wenn der getroffen hätte. Ah, eventuell. den Tod. Ja. Gut, dass die ihn erledigt haben. Da kommen wir auch nicht durch. Ja. Und hier ist genau... Ach, das ist doch jetzt ein Scherz. Was soll das denn jetzt? Ah. Hier rein. Hallo, Zombie. Tschüss, Zombie. Und dadurch. Lagerfeuer. Zünd das an. Tut's uns grad an. Achso. Ach, Gott sei Dank. Sooo. Und da. Nein. Ich wollte's grad töten. Nein. Je geblieben. Ah, hat schon Hälfte weg. Oh, gib du Fleisch. Schweinerei. Und Knochen. Sooo. Aber ich wollte Fell haben. Ich wollte das Fell töten. Ja. Gummiii. Ja. Schaust du den Container nicht beseitigt? Wer war da jetzt durchgekommen? Ja. Genau deswegen, ja. Aber wo genau? Ach, nun der Zombie. Okay. Der ist nicht so gefährlich, ja. Der ist nicht so gefährlich, ja. Der Trifahrer ist nicht mehr platt. Die nerven ja nur leicht. Ja. Wir müssen hier. Das ist übrigens ein Angelplatz, nur falls du es wissen willst. Ja, aber wir wollen gerade auf was anderes hinaus. Und, oh nein, Schrei halt. Gewoll, hattet, weg damit. Nee, ich hatte ihn angehittet und du hast ihm den Rest gegeben. Ja, Brückenbar. Ach, du heilige Makrele. Weg hier, weg hier, weg hier. Lauf. Ach, der Herrscher hat den, äh, das Reh hat den dicken. Halt, zurück, 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 zurück. Was denn? Wenn nur du, äh, so blind bist auf der Karte. Verwildigung. Ich kann doch nicht alles auf einmal sehen. Ach, echt, hier. Weiter, 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 weiter. Ja, ich weiß nicht, wo das hinführt. Das Problem ist einfach nur mal. Zombie. Ach so, ich bin, oh, ich bin zweigelaufen. Ich dachte, ich bin wieder du. Ich dachte, ich wechselst immer. Ja, es ist nicht so einfach im Koop, äh, die... Ja, und... Oh, der macht noch das Dampfschaden. Weg damit. Da haben wir uns laufen getroffen. Ah, ist ja noch einer. Töte dich. Ja, weißt du, wo ich drauf gehauen hab? Alter, Hilfe. Ich muss mich heilen. Ja, ich mich auch. So, ich bin... Hey, durchsucht den, sag mal. Elektron, wir müssen zurück zur Kiste, wir müssen zurück zur Kiste. Weil das wertvollste jetzt gerade zu verlieren... Wär ärgerlich. Das ist das selten. Hallo. Hey. Hä, ich hab hier nur dazu. Zur Kiste gehen. Ja. War Elektroschrott drin. Halt jetzt auch aufzusuchen. Ja. Gummiii. Wir wollen doch gerade safen, also ist doch der... Rückweg. Safe erledigt. Ja, ich wollte gerade noch das Gummi oder das Plastik nochmal. So. Ach, komm schon, wir brauchen noch mehr EP. Es sind vielleicht 15, ein wenig den Baseballschläger. Ja. Aber wir wollen erst mal an einen bestimmten Ort und dann geht's ab. Dann geht's ab wie Schmitzkotze. Ja, dann haben wir nachher Eisene Hülle und Fülle. Dann ist uns Eisen nicht mehr unmöglich zu bekommen. Ja. Vorsicht. Noch einer. Ist das ein Granatenzombie oder ein normaler? Nein, der ist nicht. Okay, der ist es so. Ich darf nicht da ruhig, dass sie da rangehen. Ein Granatenzombie, musst du aufpassen. Äh, Parkwachenhütchen. Parkwachenhütchen? Momentchen mal. Wir sind... Wir sind am komplett falschen Ort. Nein. Wir müssen weiter geradeaus. Wir müssen der Straße weiter folgen. Das hat schon, äh... Sinn, Leute. Vespasale. Ja, wir sind richtig. Vorsicht, du bist fast tot. Oh, Alter. Ja, wir sind jetzt... Ähm... Jetzt müssen wir nur noch... Äh... Weil hier... Wenn hier... Ja, wir sind richtig. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir es schon fast geschafft. Wir sind schon 99% am Ziel. Komm her. Ja, den 1% haben wir nämlich... Jetzt! Ballerein, den Scheiß. Schießt die Scheiße da rein. Ja, genau, nun das Holz, ja. Und wir heben auch so einen Eisenmangel. Mal rein. 50. Ja, mach... Mach... Mach an die Scheiße. Mach an die Mist. So, und jetzt haben wir auch das Rezept dafür. Ja. Wir haben nämlich gerade die Leute darauf gespart. Nee, sind drauf hingerannt. Hingerannt. Uns Eisen zu besorgen. Und jetzt haben wir gleich Eisenhüllungfülle. Ja, weil, äh... Wir wissen, äh... Weil es heißt immer, wir haben Eisenmangel. Und mit einem... Warte mal, ihr könntet mal was lesen. Ja. Loll. Ach, du Spielkind. Ich wollte das Tor zerstören. Oh, es ist Spielkind. Ich wollte das Tor zerstören. Ja, das kannst du aber nicht. Reicht nicht einfach, hör. Da waren zwei. Oh, das hat doch nicht gereicht. Oh, Spielkind. Ich hätte auch schon an damit. Nö, ich wollte es ja nicht umsonst zerstören. Ich wollte ja eigentlich uns... Äh... Uns was organisieren. Reicht, dass ich schon, wenn ich Spielkind spiele. So. Dann lass uns gleich mal ins Lagerfeuer gehen. Und, äh... Schlafen. Ja, Gott sei Dank hab ich die Fässer nicht entdeckt. Und selbst wieder heißen, du Spielkind spielst dann nur um... Nein. Das wäre dieses Mal, würde ich es nicht sagen. Weil, äh... Du wolltest dann natürlich, wie ich, versuchen, der... Das Tor zu zerstören, um, äh... Der Start zu bekommen. Ja, aber das wird nix. So. Kann man nicht... Warum sitzt du hier sonst? Das Lagerfeuer. Einmal, damit wir... Äh... Damit wir unseren Vorrat auffüllen. Und zweitens... Ja, mach mal sechs Stunden, schlafst du, gute Idee. Weil, somit wird die Maschine da oben fertig. Ja. Und ich sehe gerade was Schönes. Können wir da rein, weil da ist was gerade was Schönes drin. Das will ich gerne einsammeln. Warte doch erstmal ab. Wir sollten erstmal nach oben. Weil, wenn wir jetzt ein Eisen davon einsammeln... Oh... 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 Verdammt. Verdammt. Sag ich doch, uns fehlt Stahl. Ja. Aber was machen wir jetzt? Hm... Wir müssen warten, bis der durch ist. Damit wir die... Stahl... Ja, dann können wir jetzt die Machete upgraden. Weil ich hab gedacht, ich kann schnell noch das Level machen. Nein. Nein. Geht aber nicht. Nein. Aber... Wir könnten den Kompaktor bauen. Was brauchen der? Eisen. Verdammt. Wie viel Eisen hast du denn noch da drin jetzt? Zwölf. Und zehn brauchen wir für die Marede. Verdammt. Aber das können wir machen. Damit haben wir die Keramik. Damit haben wir nämlich... Uns fällt gar nicht mehr so viel. Ja, dann macht die auch noch. Dann wird die Ausrüstklinik mal weiter. Das ist eine gute Idee, damit wir mehr haben. So, was haben wir da? Ja. Ein Gyroskop. Ne, ich brauche Eisen. Lass es. Das ist eine Verschwendung. Ähm... Das kannst du machen. Das bringt... Brauch nur Pflanzenreste und Stoffhetzen. Und Stoffhetzen brauchen wir grad nicht so dringend. Also weg damit. Jawoll. Tarnetz. Und... Monsterköder. Ah! Ach du Scheide. Ja, das... Ja, okay. Alles klar. Was ist das? Ach, da war mit Elektroschrott. Aber das wäre... Das ist das Wichtigere. Ja. Weil eine Kombination aus dem und äh... Dem hier... Tut den Monstern weh. Ja, die Kontaktminen sind gemein. Ja, was haben wir denn jetzt noch? Großes hat er noch... Boah, was rein schnappen könnten. Also mal Rede könnten wir machen, ja. Äh, viel Plastik. Ja. Na gut. Warum könnte das immer für... Scheiße, was man drauf hat. Also meinetwegen mach doch das, diese Kiste da. Mach doch. Einetwegen kannst du machen. Ähm... Weil bis jetzt sind wir auch mit den Waffen so weitergekommen. Klar, wir brauchen aber noch mehr Schaden. Obst. Wie ist das ein Kegel? Hoppla. Äh, ich würde jetzt erstmal den Angelköder machen. Weil der würde jetzt uns einmal EP durchangeln von... Ja. Wie viel denn? Plus von 10 auf 17% bringen. Mhm. Und Angelgeschwindigkeit von 70 auf 95. Ja, dann macht das krass. Dann knall das da auch noch rein. Und... Oh, ist das gemein. Jetzt brauchen wir Stahl. Oh, ne. Und 125er Angelgeschwindigkeit mit 25% mehr Erfahrung. Ja, toll. Och man, jetzt haben wir keinen Stahl. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen sowieso warten, bis das oben das Eisen fertig ist. Ja, ich weiß. Und trotzdem. Och man. Wollen wir noch mal gucken gehen? Komm mal her. Äh, du bist... Äh, ne, ich stand. Och, was machst du denn schon wieder? Was denn? Ich baue doch nur ab. Ja. Und ich sammle doch jetzt hier schon mal Plastik. Ja, aber die... Ja, wie kann ich das mal... Der hat sich gerade umgedreht, so nach dem Motto, ist da hinten irgendwas... Ja. Ja. Ich wollte eigentlich gerne mal reingehen, weil... Ja, können wir doch. Weil... Ja, können wir doch. Weil... Ich hab nicht die Idee, wie wir noch das restliche Eisen bekommen. Komm her. Guck mal. Ah, können wir nicht abbauen? Charles von 14. Du, äh, nein, du hast gerade, äh, du hast gerade, äh, den Herd angegriffen. Ne, hier. 40. Ja, weil... Ist nicht der Herd, ich greif die Dinger an, die... Wollen nicht. Schade. Ist das viel. Halt, ne, du greif... Ja, weil die... 35... Ich brauche jetzt Bespa-Schläger, aber zwar ganz dringend. Nimm mal das Keramik mit. Was für ein Keramik? Siehst du nicht die große Toilette? Ne, tut mir leid, ich bin blind. Nein, mache ich, ist mit Spaß. Erst gut, kann ich machen, ja. Nochmal Plastik. Kannst du mal die Tür öffnen, du fauler Hund? Plastik. Das war übrigens auch nicht ganz bezogen. Und ich nehme die andere Toilette auseinander. Okay. Plastik gesammelt, perfekt, das braucht auch keine hier ansammeln, verdammt. Ja. Kommst du gleich mal zum Lagerfeuer, abgeben können? Das Keramik hatte ich noch, nochmal. Ja. Ja. 35, verdammt. Alles gut, können wir zurückgehen. Wartest du noch abgeben? Wie viel fehlt uns noch? Wie viel fehlt uns noch? Von was denn? Was meinst du denn jetzt? Uns wären noch knappe 3.000 Erfahrung. Ernsthaft? Ernsthaft? Ernsthaft. Oh, was ist das zum Kotzen? Was ist das zum Kotzen? Echt. Schande. 45, wir brauchen Pechsposchläger. Ganz dringend. Ja, Zombie. Der bringt das zu 100 dp ein. Und? Halt. Hast du mich sucht? Ja. Was brachte das jetzt? Elektrofrott. Ich bin aus dem Nähmacht. Alles gut. Stahl! Stahl! Stopp, stopp, stopp. Wir haben einen Stahl, ne? Ja. Wir müssen, ich muss ganz schnell die Schmelzwittel hier bauen, weil das ist die letzte, weil das ist die einzige Aufgabe. Ja, dann mach das schnell, los, komm. Ja. Ähm. Geil. Ja! Zehn! Jawoll! Level Up! Geil! Baseballschläger! Jawoll! Cool! Ja, genau. Das ist die Sache. Ähm. Können wir nicht. Warum? Zu wenig. Eisen oder was? Ja. Gut. Aber... das ist doch nichts. Das ist doch eine Frechheit hier. Was soll das denn? Wirst du wieder auf die Probestellen, dass ein Mäntel oder was? Oh, Mann! Es bin aber geladen, ey! Ja, lass den Frust bei den Zombies und bei den Tieren aus. Halt! Halt! Hast du nicht eine Stelle mit drei Hunden? Ja. Ja, stimmt. Lass da mal hingehen. Trocknen die Fell. Halt! Hier ist was zum Durchsuchen. Such das. Dann such es mal. Ach, das ist... Och, nö! Hätte das die Fell sein können? Na, dieses Fell habe ich bis jetzt noch nie beim Durchsuchen gefunden. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist? Na... Wo waren die Schnellhüterhunden? War die hier vorne, oder? Ähm... Wir müssen ziemlich weit nach... Da ist doch ein Hund! Ja. Oder ist das ein Elch? Knochen. Fell! Einen noch. Da hinten ist noch einer. Da hinten. Komm, komm, komm. Bitte, bitte, Fell. Bitte, Fell. Geh Fell, blutes Vieh. Ja! Hat Fell! Wir haben den Bestfallschläger. Oh. Halt, da hinten ist noch was zum Sammeln. Ja. Jetzt... geht's die Action los. Äh... Ach, Gummi. Ja. Jetzt wollte ich noch einsammeln. Ja, ist wichtig. Brauchen wir später. Ja, wir brauchen Nähgummi für den Bestfallschläger. Von daher... Ist das gar keine... Oh! Jetzt sind wir uns hier verkittert. ECHT. Wir haben bald keine Eisenmangel mehr. Wir haben jetzt endlich den Bestfallschläger. Jetzt geht das richtig los. Es macht... nacional geht die Party gdg es richtig ab. so wie wir hatten die jetzt am anfang anschauen 24 nur und wir brauchen plastik und und was war das noch holz da holz haben wir plastik fehlt das ist doch jetzt nicht perfekt ich sammeln müssen beteilig noch ein ja weil ich genug haben wir endlich richtig benutzen und soll ihn mal lasst es das eisen mal aufheben wir müssen doch erst mal erst einsammeln nee das war ich erst das ist das war aufheben weißt doch warum der bestbeschläger braucheisen ja das weiß ich und drei stahl jawohl dann können wir die bald und zählen noch ein stadt es fehlt noch ein verdammter stahl die wir haben vier die brauche auf fünf um dich zu verbessern es fehlt ein stahl heiliger den oberen auseinander neben den ein nein sollten wir noch nicht machen weil sie haben noch nicht dass es geht dass wir zurück bekommen okay das ist schade ich darf in den oberen auseinander er weiß genug besser oder braucht man zehn stahl dafür was die bestellte zu besser braucht oder mehr stahl das werden wir dann sehen ist die noch nicht plastik zum sammeln guck mal stoffsetzen eigensport ja ich muss mal kurz sehen wir haben auch noch nicht ich war nur alles bitte was noch mitnehmen können alles wird untersucht wir brauchen ganz dringend plastik aber wirklich später haben wir ja genug plastik ich weiß 5 plastik fehlt nur noch warte mal vielleicht ist hier noch plastik guck mal komm mal her kann ich hier noch was guck mal nee das ist ruhig nur metallschrott schade und hier mal das nee das ist ruhig nur metallschrott keramik keramik ist nicht schlecht brauchen wir eigentlich also wir müssen wir müssen das mal abgeben ja naja zu lange vorher genau kommt ja komm mit einsammeln alter brauchen wir da so viel ep wir brauchen wirklich extrem viel ep um das um bald level aufzusteigen keramik und vor allem das krasse ist man kann ja sogar mit level 15 schon theoretisch gesehen dann eben da unten rumlaufen in der untergrund und hast du nicht gesehen ja aber wir wollen noch etwas stärkeres das kommt kommt auch mit level 15 theoretisch gesehen hier ist noch was zu sammeln pilz ja ach kommt noch auf zu nerven du nöger es gibt dann hier abkommen wir brauchen sowieso weil ohne das komm mit kalt also wenn wir jetzt nicht den eisenschrott mit einsammeln haben wir spätestens eisenschrottmangel für stahl für eisenmangel ja ja und das stahl sollten wir uns auf jeden fall aufheben weil wir sollten uns unbedingt eine stelle gut überlegen wo wir das hinsetzen damit wir ja ja ich habe das jetzt hier nur gegen eine quest gegen gesetzt ja klar aber es fehlen auch noch dreimal plastik drei schnitt ne mhm frechheit ich weiß immer blöd 55 das kann man nicht mehr wahrnehmen wir sammeln ordentlich ep ok wir haben bei dir ja lavaner dann machen sie ja freien pp-farm ja wir müssen schon mal gegen den eisenmangel nochmal ankämpfen ja ich wusste ich wusste dass die stelle hier noch existiert mhm auf einen ganz einfachen grund wir wollten äh wir konnten da einfach äh weil wir hatten vorher das problem aua das ähm mänzchen mach mich mal treffen auf Gott weg ja dass wir ähm wir waren soweit und hatten dann das äh wir hatten dann wo verdammt wo kriegen die titan her ja und haben dann die stelle halt gefunden und konnten dann endlich titan herstellen damit wir unsere waffen auf maximal upgraden können ja und deswegen wusste ich ganz genau ähm dass die stelle das ja und genau auch noch wo wollen wir kurz abgeben gehen ja naja wir können nicht mal das eisen einsammeln das ist aber noch ordentlich eisen nicht wenig ja ich hab ja unseren gesamten metallschrott in eisen umgewandelt das ist auch aus der dritten neue nicht mehr schon ich hab's wirklich alles rein geschossen das ist doch nicht verkehrt so okay ja weil ich genau weiß dass wir so oft jetzt äh eisen brauchen halt äh eins zwei alter ein Plastik ein verdammtes Plastik ja ah das ist doch das verrückt werden warte mach mit Kübra ey da warte mach dann kann man hier irgendwo Plastik übersehen ja hab was perfekt raus hier endlich stell die scheiße her ne nur verbessern ja stimmt verbessert immer was brauchen wir jetzt ich wusste es eisen ja nochmal eisen gummi elektron teile ja jetzt können wir sie aber auseinander nehmen ja jetzt können wir elektron teile sammeln cool westboschläger rockt jetzt geht die action los so ja ich mach natürlich auch einmal die bestelle weg und westboschläger an ist das ein befriedigendes gefühl warte mal kurz ich geh mal ganz kurz da rein wie war das was wir hier auseinander nehmen konnten ne du 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 das ändere ich jetzt mal ganz kurz jawohl jetzt geh ich das auseinander damit ja und somit hat sich unser eisenmangel erledigt und somit auch stahlmangel ja jetzt macht das spiel wieder spaß na komm her gehen das auseinander ey du hast den kühlschrank hier übersehen entschuldigung den hab ich nicht bemerkt in der schnelle hoppla den hübs 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 ja meine augen sind doch nicht mehr die besten nein zu stark dafür brauchen wir eine vorschlagkammer ach ja stimmt besser schlägt das ja noch nicht ne der macht nun mal wir sind ja schon auf aber wir können uns im vorschlagammer besorgen übrigens ne ähm wir brauchen so und hier können wir jetzt nur noch müssen nur die zwillinge besiegen ähm ja aber die zwillinge sind in der giftstadt ja ja und da kommen wir ja nicht rein ohne gasmaske aber wir können sie uns schon organisieren ja dann müssten wir nur in Richtung äh Pyramide äh ja und wo sind wir wohl? wir sind in der Nähe aber halt! da war auch dieser ganz dicke Endgegner und der war nicht so einfach denn hab ich nur mit Minen privat besiegen können weil alles andere zu schlecht war weil alles andere zu schlecht war das Problem ist wir können die Truften auch nicht fertig machen wir nehmen das große Magieschwert Magieschwert das hat die noch geerledigt aber so sehe ich das äh wir müssten vorher trotzdem dahin weil ähm ja ich weiß aber verstehst du was ich meine glaube weißt du was ich meine ungefähr ne? ja aber jetzt können wir auch die Mülltorn aufeinander nehmen du hast weg damit oh jetzt ist ja auch nicht Müll jetzt Alter wie süß da haben die dann auch noch aushalten ne? was ist diese Dichten immer noch aushalten? ein Halter ist was zu suchen dann belastet der Mülltorn perfekt ja jetzt 45 verdammt da hat die Elektronteile hergekriegt ja ist das ein Mist genau die die wir es brauchen Momentchen mal warte mal ganz kurz da wie bin ich einfach mal ganz kurz diesen schnellen noch zu beseitigen jetzt können wir die Relais aktivieren und da hinten da waren noch Elektronteile wie wie genau Evakuions hast du noch nicht bekommen die bräuchten wir jetzt sowieso die Elektronteile das ist nur ne Idee wir sind ja ja ups soll ich vielleicht betrunken was sagst du doch lange genug ach das ist aber ein Metallschrank achso 45 ach braucht noch ein Level Bestbeschläger okay was jetzt wir müssen uns jetzt einen Plan machen weil irgendwie wir müssen erstmal zum Lagerfeuer ja das auch und dann müssen wir uns mal einen Plan machen was wir jetzt genau machen wollen weil so geht das natürlich jetzt nicht weiter hier auf Dauer hm hm was machen wir weil Elektronteile brauchen wir ganz dringend oh ganz dringend würde ich auch mal sagen Heilung oh ja Entschuldigung ja was machen wir jetzt weil die Elektroschrottteile die haben wir ja jetzt genug aber wir brauchen Elektrontenteile und die kriegen wir nur auf der Evakuierungsstaktion Lusthenica dahinten das weiß ich noch da waren genug die wir sammeln konnten halt wir haben das Bad heile gelassen au verdammt heute Abend Momentchen mal stimmt wir können jetzt sogar die Badewanne auseinander nehmen ja aber die bringt auch nur Keramik ich weiß aber die können wir jetzt auseinander pflücken ja damit werden die Badezimmer aus der ersten Ups ich hab mich aus Versehen hingesetzt da macht doch nichts passiert ja was jetzt dafür brauchst du Machete und 50 und die mach HALT komplett hieß es dann an die Laternen 62 verdammt das ist so klar das wollte ich gar nicht nein das ist so klar das kann man doch nicht da brauchen Verfahren das ist klar was für den Bus halt stellen 65 Vorschlaghammer ja 50 das hat der beim letzten Upgrade die 50 nein 49 bist du sicher? ja nein wir haben den wir haben das Ding schon fast auf Maximum ich bin der Meinung wir haben damals den Bus halt gestellt nein mit den Bandschlägen abgebaut Vorschlaghammer weil der Vorschlaghammer auf Stufe 150 ok aber es ist auch nicht mehr keine Ahnung ja ich ja jetzt geht das Gefahr los ich sehe ich schon jetzt kommen wir nicht aufhören krippelst du uns mit den Fingern ja ok was jetzt 70 ja ich weiß 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 hier ist noch ein vergrabener Schatz ah wie die Schaufel muss ich hier ausrüsten ja stimmt das zeigt er uns ja automatisch wenn ein vergrabener Schatz da näher ist ja das hatten wir ja geskillt ja das ist auch eine gute Idee warum nicht jetzt kriegen wir gleich so viel jetzt kriegen wir gleich Stahl oder so ein Blödsinn dann ey wir dich echt auf 10 in die nächste Ecke wirklich das wäre jetzt so ungefähr Eisen und Gummi das ist ok warum nicht ey warum nicht dann lass uns die nochmal abgeben ja ok mal zurück kurz crazy crazy fancy oh yeah wir müssen nochmal kurz hier kurz mal reingucken ja es sind nur noch acht nur noch zu machen jawoll das ist geil oh zeige ich mich noch klar vorgesetzt und oh man ich wollte eine Truhe abgeben mach doch nicht warte mal wie ich stelle mal ab hast du was willst du denn machen meinst das reicht jetzt schon für Dings ich wollte meinst du willst ein bisschen Stahl machen ja mhm vier Stahl mehr wollte ich gar nicht machen ok weil das ist genau die vier Stahl die wir jetzt gerade brauchen für was denn? für den Rucksack ah cool aber für den Rucksack brauchen wir noch Elektronen Teile na ne ne ja und da müssen wir einfach die Baseballschläger aufgraden genau und das ist doch zufass und da brauchen wir Elektronen Teile ja ja ah das geht ja jetzt gut los also ich würde zumindest das Relin auch mal versuchen zu aktivieren ja aber wir können uns auch mal schon auf den Weg machen zum ähm durch die Wüste also hier lang also müssen wir da runter dann komm her ja hier lang weil wir wenn wir dann den Vorschlaghammer haben weil das ist jetzt das nächste große Ziel aber da müssen wir erstmal die Dings besiegen die Zwillinge dann das müssen wir mal hinkriegen Momentchen Lagerfeuer sind das an? gib mal ab ja oh ich nehme zu viel Eisen im Ende heiliges Eisen heiliges Kanonenrohr Elektro Elektroschrott brauchen wir Elektronen Teile nicht Elektroschrott was gibt denn die Scheiße? Elektroschrott Vorsicht Vorsicht ja hat uns ein bisschen Material eingebracht ich weiß ich bin wieder so ach da kommt gleich ey dein Fan wollte dich gerade umarmen ne lass mal mir ist heute nicht nach Umarmung zumut tut mir leid gleich morgen ähm brauchten wir nicht noch Eisen für die Machete? ja kann man jetzt sogar verbessern ich weiß ich seh schon jetzt haben wir richtig viel genug erstmal wieder dann lass uns die Artline nochmal verbessern weil die müssen wir erstmal verbessern damit wir ähm ah ja den Großen besiegen können ja klar halt verbessern du musst es gerade herstellen du musst es gerade herstellen ja zwei Fälle weil wir müssen noch ja ich bin gerade am gucken nein das ist doch ein jawoll den ersten Dietrich yes dann haben wir den auch den gewöhnlichen Kompaktor willst du den wirklich machen? äh dann sind die grauen Items können wir doppelt so viele mitnehmen ja dann mach wenn du möchtest ja das war noch mit da rein ok weil jetzt können wir wir können ja normalerweise können wir ja nur 16 Teile tragen ja muss das sein ach ach so ah ja fürs Haus bauen ja ja äh weil sonst können wir da nicht weiter und das hat nichts gekostet ja ja dann lasst du mal die Machete jetzt noch verbessern ja nein nix Kyroskop das ist super verweisen ja wir brauchen nur noch 4 Holz lol das organisieren ist ja easy peasy das kriegt man ja wohl hier locker hin in der Wüste das ist ja wohl easy peasy hast du aber super schnell gemacht hier lag überall Holz rum und das heißt das was ich noch hier war ah verdammt der den Baum von meinen Fällen der ist zu groß aber der würde Holz bringen ähh der Baum ist doch zu groß bräuchte mich das 55 ne der bräuchte das reicht nicht da brauche ich mit die Sichel für ne Sichel nein du weißt wie das Schwert meine ich das große äh Kaktus ich bin da an so ein Bett das reicht noch warte mal ich weiß wo wir Holz herkriegen oder Holz ich begrüße alle die gerade live eingeschaltet haben genau die zusehen ich hoffe ihr habt Spaß weil falls ihr Fragen habt könnt ihr sie auch stellen Tipps und Tricks würden uns auch ganz gerne ja und wir spielen das Spiel noch zum Spaß also wartet jetzt nicht irgendwie dass es kontinuierlich ähm permanent kommt ja also wir wollen einfach nur Spaß haben damit und das euch zeigen ah Hallo Eagle Hallo Eagle Hallo Eagle Hallo Eagle freut uns dass du einstellst ach ja das war ja das andere Problem hier wird es ja ein bisschen äh ja das wird es erstmal lösen das Problem oh ne uns wird es ein bisschen äh die Sonne macht gerade uns Feuer unter dem Mars im wahrsten Sinne des Wortes ja toll dann hätten wir doch vorher decken können du Witzbeut nein nein wir kriegen das erst nur freigeschaltet wenn wir hier sind und den Hitze schaden und uns zu langsam zu heiß wird ja lass es doch mal zurückgehen dass wir jetzt nicht verrecken wir haben jetzt kein Bock zu sterben ey was hast du ach das ist doch gemein ach das ist doch gemein da ist genau das drin was ich brauche Schweinerei ey echt da war das kleinere können wir Elektronteile perfekt hier ja bleib hier noch mehr ach verdammt das war Elektroschrott wenn wir nur diese Autos zerstören könnten hier ist das Lagerfeuer das ist echt zu warm das darf doch nicht wahr sein ja machen wir jetzt herstellen Lappigraben für den Asblock haben wir nicht alles da brauchen wir da brauchen wir Fell für da brauchen wir Fell für nicht aber es ist ultra leicht zu beschaffen also sagen du das ist ja so aber wir haben es nicht ich habe es doch gesagt dass wir es nicht haben ich habe es mir auch schon gedacht und Buschhut ja damit halten wir damit nicht auch noch mehr Temperatur aus mhm nein Holzfäller ne würde ich noch nicht machen ne gegen Bäume 50% mehr schaden das bringt uns jetzt weil wir gerade keine Bäume fällen können also wirklich ja dann müssen wir brauchen jetzt noch wir brauchen jetzt noch Holz für die Machete ja dann müssen wir sowieso raus weil das bringt uns jetzt hier auch nix dann rumzulaufen weil es halt Schwachsinn äh ich würd mal sagen ja und nein also äh es würde zwar wir können nur in der Stadt hier rüber bleiben aber das ist schon mal ne gute Sache ja um den Eisblock herzustellen okay aber mehr geht auch halt nein verdammt ja und wir suchen genau die letzten drei Elektronenteile äh ne wie viel brauchen wir äh doch wir brauchen nur noch ein Elektronenteil aber 25 Eisen ja wir müssen dann eh zurück um äh weil wir dann die Maschine aber den Bergverscher kann man trotzdem verbessern mit den Elektronenteilen alles klar oh aber wir sind noch nicht hoch genug ne ja und da brauchen wir erstmal die Wüsten Outfits das weißt du schon ja aber trotzdem schon mal oh wir können jetzt den nix ausländer nehmen cool die Wasserspender also diese Wasserspender ja 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 ah die Zäune auf Schubaufstieg ja ach was war das denn gerade neue Erfindungen Momentchen mal Momentchen mal ach ah ja ja ich habe genau das mit dem grünen äh verwechselt ja das das grüne muss man mitführen wir müssen raus wir müssen hier äh äh Kadaan zombie weg weg da nicht wieso weil die noch nicht stunzt und der Dropgummi hab ich ich hab den getötet du Lümmel ja ich hab den äh richtig an äh angedämmelt ja komm jetzt raus hier komm ist zu viel zu jetzt komm Mensch noch was zu flöten gehen das brauchen wir denn Kraftschupe ist auch nicht schlecht ne maximale Trefferpunkte Plünderer Such äh Werfer äh äh oder samm doppelte Chance beim Sammeln hm ich würde erstmal den nehmen ja weil wir brauchen das das versuchen dann auch für die spätere Dings die Gruft ja zwei Fell und so was haben wir denn da bekommen was war denn das nochmal Hasenfurt und was ist das andere was grünes sei was hat das nochmal wenn wenn da was brauchen die so nochmal Sachen zusammenbinden 5 äh plus eine Materialse ja mach das die bringt uns was das bringt uns nicht äh ja Stoff und Gummi das soll das soll äh ja ja und raus los raus das ist viel zu heiß für uns da fahren wir noch nicht die das halten wir noch nicht raus nein los weg da ja okay was jetzt erstmal die hier weg also wir sollen das langsam überlegen wo wir Elektron Teile haben bekommen ja ich hab da Schreihals ja aber der Schreihals ist jetzt auch gar kein Problem mehr ja aber ich weiß nicht wir haben das heute stark Plastik gefunden das ist was Raum für ein Eisblock das ist Sammeln von Bären ähm ja hier ist Gasmasgebiet ok ja ich hab mal versucht da so durchzulaufen ne keine Chance ne du kriegst ja und dahinter ist ja auch noch äh du hast ja nicht nur diese kleine Giftwolke sondern du hast ja dahinter ja dann auch noch noch mehr Giftwolke mhm also wobei fäll 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 da läuft der fäll auf vier Beinen fäll Fleisch oooohh mann ja den Baum können wir später fällen was wir da nochmal irgendwelche Reste achso das war noch nicht einfach noch eingesammelt alles klar achso ich war hinter dem Zaun ok erst ja oh der vier die vier Stahl sind fertig was wollen wir da nochmal machen was wollen wir da nochmal machen ich wollte erstmal das Eisen holen das Eisen wollte ich noch holen was wollen wir da nochmal machen ein Angelköder oder ne für nen Rucksack soll ich das mal machen schnell ne uns fehlen die Elektron Teile achja sorry was machen wir jetzt und Stoff wir brauchen eigentlich die Elektron Teile ne wir brauchen noch ein Elektron Teil und dann können wir den Baseball Schläger maximieren und dann können wir die Elektron Teile sammeln ja ah wo kriegen wir das her Granatensony oh ist das ekelhaft weil das ist kein Produkt Stoff Stoff ne Fell 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 Töten Töten Ach lachen Fleisch und Fell das brauchen wir ganz dringend das Fell hier war irgendwo Elektron Teile das weiß ich irgendwo war hier noch eins wir brauchen das äh halt das erstmal wir brauchen ein einziges Elektron Teile das kann nicht so schwer sein ups äh braucht wir die Holzwand noch äh ich glaub ich hab's ja ich hab's ja aber ich weiß wo man die Elektron Teile herkriegt ja ich weiß im Elektro-Kostblast nein aus dem ähm äh aus äh aus der Küche die ähm äh die Herde aber ich hab ich hab aber auch die Elektron Teile gesammelt da äh in einem Kasten hatte ich die gesammelt ja oh ja Reinhard Stein und Elektron Elektron Teile ok 15 doch wir konnten doch mit dem Baseball Schläger sag ich doch die Bushaltstellen mich demolieren ja aber äh auch erst auf letzter Stufe wir haben uns dann immer geärgert scheiße 55 scheiße 55 scheiße 55 ja da brauchen wir nämlich den Vorschlaghammer ja davor hat's mir noch gereicht die Bushaltstellen sag ich doch da hab ich die Bushaltstellen immer zerteppert ja wir müssen äh ich weiß wir müssen zum Friedhof zurück ja aber halt warte ich war irgendwo Elektrokasten groß dann können wir es auseinander nehmen weil wir in einer anderen Stadt in einer anderen Stadt in einer äh Sommerstadt in einer Wüste waren wollen wir dann aber quasi eine Elektrokaste auseinander nehmen oder wir müssen dann äh auch zurück ähm war ich kann ja mal war hier nicht auch einer ja warte mal ich ich hau nochmal 26 Eisen raus ja war hier nicht auch noch einen Kasten öffnen wir konnten ja wo hier war noch Elektrokasten ah da 50 also noch ein Level ah ich hab einen ich hab einen warte mal ich hab einen ich hab einen ich hab einen da gib mir Elektronteile da da gib mir Elektronteile ja zwei Stück ja wie viel brauchen wir 15 jup und da stecken wir jetzt extra mal in den Bergvorschläge weil danach haben wir abzuwählen ey 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 fäll 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 wir brauchen fäll bleib hier du bleib hier du Vieh komm her du ehrlich los komm her äh Achtung dicker das wirst du ja der hat sich aber gerade auf dich konzentriert Aua hab ich ihn killed ja und ich bin fast tot ja man merkt es wir sind beide keine schlechten Kämpfer ne also passiert halt ne kann man jetzt nicht machen auch Gumm der hat wenigstens noch Gummi gedroht komm her hier ist der schwarz wie das will ich gern auch noch mal erkunden fass mich nicht an ich bin wenn du mein Fan bist fass mich nicht an man ich kann das nicht haben ey das war furchtbar mit euch immer so begrabschei hier man ah oh ähm ja ich hoffe wir werden nicht fachgelag wenn wir mal den Abrissdienst äh wieder spielen äh wieder spielen das können wir auch alles so ausleihen komm her und das gibt alles Erfahrungen die wir ganz ganz dringend brauchen ja und es gibt sogar noch Holz ja das brauchen wir auch für den Bestverschläger glaub ich ne 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 wir brauchen Stein äh äh Wingsspieleindustrie ist dieses und nächstes äh ja ganz schön dass so viele gute Spiele äh innerhalb von zwei Jahren rauskommen sind selten oh ja es gibt aber auch gute Indie Game Spiele also ja man muss nicht unbedingt äh immer den großen äh Leuten sondern es gibt halt auch äh gute kleine Indie Game Spiele und da weiß man ja auch nie Stein brauchen wir jetzt echt? ja für die Bestverschläger? ja oh verdammt was sollen wir den herkriegen? wir nehmen mal wir gehen zurück zum Friedhof und nehmen da das dann auseinander ach ja stimmt die können ja den Zaun auseinander nehmen und der Zaun brachte zwei Dinge Eisen und Stein ja Sau nein du machst Aten Schweinehund komm ja Indie äh Indie kommen ja auch immer mehr gute äh ja das stimme ich dir zu ich sage mal so ja es können Gute rauskommen es ist wie bei der äh normalen mit den normalen Leuten entweder hast du ein gutes Indie Game oder du zahlst für Schrott ja das stimmt aber ich finde ja auch das Gute dass man ja dass die Leute mittlerweile oh äh Achtung gerade an Zombie ja das bist du draußen ich sag's nur heutige Form Aua scheinster wie gekillt ich bin grad gekillt verdammt also ich will falls du das grad gesehen hast sag's weil ich wie gestorben bin ähm ja und bei mir ist ich bin unsterblich äh das stimmt nicht äh ich war grad unsterblich äh äh mir sind die Granaten sogar hierher gefolgt achso ja weil ähm äh oh nie sag's wie ja oh man so dober Zombie ey doofer Granatenhaini äh äh Plastik ja was wollen wir jetzt noch groß verbessern äh ich hab grad erst mal nur geguckt was noch herstellbar ist ja ja jetzt müssen wir mal gibt's hier nicht noch ne ja dahin ich hätte da vielleicht ne Idee was wir noch machen können wenn du Lust hast ja wir sollten aber erst mal ja ja ich weiß nicht ich meine allgemein ich hätte da vielleicht ne Idee und zwar nur wenn du einverstanden bist wir könnten vielleicht auch probieren wir müssen auch ja beim Friedhof einmal die Sachen ansammeln wir können dann vielleicht auch in das eine Haus wo dem Dietrich jetzt kommen weißt du was ich meine? ja Vorsicht du bist dann wieder beim Granatenzombie ja aber ich bin irgendwie dahinter Aua Alter was hat der für'n Schlacht drauf Granatenzombie gleich Alter sind die die ist ja gefährlich ja das war immer der ist immer noch zu gefährlich auch privat ne privat hau ich den Vorschelhaber der ist weg ne da brauchst du schon ein bisschen hey wieso ich stun ihn da mal ganz schnell dann mach ich den weg ja das ist ja was anderes aber dafür brauchst du ja die ähm ähm das dann Basisgerät Halt das Ding anfällt nein wir meinen auch verhörst ab ach schon wie immer noch ähm nein das ist weg verdammt und ich hätte es so gern gegessen ja wir brauchen Knochen wir brauchen Fell uns fehlen ich hätte jetzt gelacht wenn er geschrien hat da geht es euch nur ums Essen so dann lass uns nochmal kurz äh da oben hinschauen wir haben gleich mal schon wieder fast äh ein Paket voll Eisen super was machen wir jetzt wir müssen es auch einfallen lassen wir müssen jetzt erstmal zum Turm das ist erstmal Punkt 3 ja dann lass uns das mal machen weil wir müssen zum Gemüsebeet wir müssen dann zum Beet weil das ist ja ähm auch noch am wichtigsten weil durch die Ernte kriegen wir ja auch nochmal Erfahrung ja müssen wir hier lang oder wo ähm die runter oder wo müssen wir lang wir müssen da so lang ne wir müssen äh hier den Weg da unten ja wir müssen die Straße erstmal folgen gut ich komm ich komm ich komm sofort woher ja so ein normaler Werfer wäre es ja nicht so viel wie der Granatensombie ja der Granatensombie ist ja in die Mutation von dem ja die ist verdammt gefährlich halt das Plastik jo das kann ich das hier lernen tut mir leid das geht nicht wie war das wir brauchen Fell ich komm auch nochmal ja und was droppen die Knochen wir brauchen Fell und keine Knochen äh 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 ich hab schon das Trio schon gemacht aber für den Sklafsack brauchen wir noch äh Fell ja deswegen sag ich ja wir brauchen noch Fell und trocken du Scheiße trocken du Knochen zum Plünder ähm ich würd da nur nicht lang gehen hä wir müssen aber da lang wir nicht so trauen wollen wir müssen aufpassen weil hier könnte wieder die was haben wir denn hier ja ernte von ernte von ernte folge den schildern zum Flucht zur Zuflucht oh nee hast du das noch angenommen? ja gibt Erfahrung ja du weißt doch schon dass wir irgendwo Falllöcher waren ja deswegen geh ich ja auf Gras ich bin ja nicht dämlich weil bei Gras weil bei Gras können die nämlich nicht sein lol die Zombies haben das grad selber alles ausgelöst teilweise ich weiß man sind die Zombies dumm deswegen geh ich ja auch oh nein wir können da nicht hin wieso weil da ein Endboss wartet wir haben Baseball Schläger wir sind äh warte mal äh das Ding stört mich hier zack weißer Pilz perfekt aber ist hier nicht noch irgendwo ah Lagerfeuer geradeaus ok lass uns noch schnell entdecken da ja jetzt Bauholz also Holz ja perfekt und wir haben wir sooo nein ach und wir haben hier das nächste Feld entdeckt doch na oh oh man der ist wirklich man sollte keine roten Fässer hinstellen die nicht umsonst dastehen ist blockiert ok ähm kein Problem ok ist auch blockiert was das ähm sag achso ich so man darf mir einfach keine Fässer hinstellen ich bin ein Spielkind warte mal können wir ach äh blockiert ich mach mir meine eigene Tür ja ja meine Spätverpfleger haben geil da geh da so rein egal wie blockiert äh ich spiel sagt blockiert der Endboss der war nicht ganz so einfach aua der war der stark den darfst du unterschätzen aber wir schaffen den aua nein leg ihn um leg ihn um jawoll weg mit dem Kerl ach verdammt aua ja ich hab wo er auf dich gegangen ist hab ich mich nämlich geheilt au du warst auf mich nee du warst eine gute Ablenkung ich konnte nein weil wo du ihn dann geschadet hast hab ich mich heilen können und äh als äh er dann auf mich gegangen ist war er schon richtig angedamaged ja und hier ist nämlich auch das was wir gesucht haben ja dann geh doch dann gleich hin brauchst du die wiederholen geh doch einfach zum nee äh guck mal mein Leben bitte an oh ja ok ja also äh es macht schon Sinn ja weil oder warte ich hab drei ich hab noch drei Verbände ja da guck ich mal ob ich Leben richtig holen kann ja ne ja ja igel hat sich bestimmt grad kaputt gelacht ne weiß ich nicht igel hat sich grad kaputt gelacht äh ich geh so rum geschrien ab ey ich hab so rum geschrien ab ey jykel hat sich auf schlach gelacht ey hihm hihm äh ich muss äh ich muss ich bin aber auch immer am fluchen ey hihm hihm so kassel Flicker ruhig fahr Wir haben, äh, ich hab umgerade was gekillt, was auch wieder Fell auf zwei Beinen, äh, auf vier Beinen war. Ja, braucht doch nix. So. Ach, der Turm ist das. Ja, oh oh. Der, au, der haut dich, Vorsicht. Willst du mich wiederholen, oder was? Wo ist das Lagerfeuer, wo ist das Lagerfeuer? Da, 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 da. Ha, ha. Ha, 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 ha. Das ist das, ey. Ich hab grad nur einen Clip draus gemacht. Achso. Igel, kannst du mich reinschreiben, ob du, ob du gelacht hast, als ich eben geflucht hab, wie so'n Kesselflicker. Ah. Also ich hab, also ich hab das ja lustig. Du hast ja auch leicht gelacht irgendwie. Ne, ich musste ja, bei mir war das ja das Komische, äh, auch. Ne, du hast gelacht, als ich gestorben bin, hast du auch ein bisschen gelacht. Das war auch bescheuert. Wie, 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 wieso passiert das bei mir? Äh, Broteljahr IV, wir müssen erst mal den hier loswerden, und dann frisch, so wie novem, Tüs, weg damit. Mach mal den Tor, aktivier mal den Tor, ä Herr, ey, der braucht 10, braucht der nur 10 Stahl? Ne, er braucht sechs titan erdnüsse zu pflanzen und da ging gerade daran gedacht was ich habe daran gedacht erdnüsse zu pflanzen und was soll das denn jetzt so die titel ich habe die tür aufgemacht einfach so aus wir brauchen nicht als das titan für den plünder ja wir können wir können es ja schmelzen wir haben ja fast genug wenn wir so weitermachen das problem ist einfach nur ein bisschen schreckst du hängst grad hängen grad mit absicht ach so was machen wir jetzt weil man ja mit dem baseball schläger dann kannst du die fische erschlagen ein sammeln ach es wird seltener blauer neben gewöhnlicher nein das ist der blaue die wir für die dinge brauchen für die arche nein das ist ja ist ein gewöhnlicher auf die arche ja wir brauchen da alle fische bis auf die legendären ja aber der der blaue ist gewöhnliche ist trotzdem etwas selten als die anderen die roten nur kriegt man die roten die man öfter als den das ist irgendwie dann würde ich den er blau ein fern und nicht weißt sowie es ist da kommen verschießt auch noch mehr lecker essen haben ich bin ja kein fisch wenn wir sind durch jetzt ist das aus meinem real leben ich mag kein fisch und du fall da nicht rein ich war das tierchen mit auf zwei beinen auf vier beinen jetzt nicht mehr auch knochen brauchen fehl und keine flocken brauchen wir auch ja ich bin mal gespannt wann also wir brauchen ganz dringend stahl unserem auto war ein kabel von elektronik locker und hat eine woche gegen die kabel geschlagen und beim rechten trinken und das auto hat die wahrensignale immer ausgegeben das kam gestern aus der werkstatt und für das große dienst auf 40 und für den brauchen wir 0 Ja, den macht man nicht platt. Ah, wir können den Kaumisch auseinander nehmen. Ja, wir können hier... Wir nehmen jetzt mal wieder... Wir machen mal wieder Abrissbirne. Ja, wirklich. Im Dienst der Abriss, Leute. Übernehmen 2 K.O. den noch. Eigentlich muss doch der Bauer das noch behalten. Welcher Bauer? Ja, doch. Da liegt du die Leiche. Ey, der Zombie. Das ist doch noch ein Steh-Auf-Zombie. Ja. Leider. Wir haben wenigstens 2 Mahna-Pärle, ne? Ja, ich weiß. 2 Mahna. Was machen wir damit? Eins weiß ich. Die Scheune nicht mehr stehen lassen. Ja. Ja. Das Spiel macht einfach so Laune, Leute. Ich kann's euch jetzt mal weiterempfehlen. Ja. Wie sich fehlt das Teil. Ja, man kann die 99% der Welt verstören. Ja, das ist das. Man kann sagen, muss ich immer hier dran gut auslassen. Ja. Ja. Es dauert zwar, bis man die ganz guten Waffen hat. Aber ihr lernt ja aus unseren Erfahrungen ja gleich mit. Und wir sollten das mal abgeben. Oh, guckst ihr das an. Eissammeln. Nein, dann abgeben. Hast recht, das bringt da so nichts. Hier ist, glaube ich, Lagerfeuer. Die Zuflucht ist für alle. Ja. Hier ist Lagerfeuer unten. Oh, ich freue mich, wenn wir den Wasserturm auseinander nehmen können. Das ist ja geil Weg mit dem Wassertürm Auseinander pflücken Ja, aber das ist da glaube ich ein unzerstörbarer Gegenstand Das Silo glaube ich Ne, mit 75 Vorschlag aber Das Silo können wir auseinander pflücken Ja, wir sind mal wieder Voll Voll besoffen Ne, voll mit der Tasche Und jetzt mal Du hast doch Wegen dem gewöhnlichen Kompaktor Ich habe den extra schon Handgranaten Handgranaten, jawohl Ähm Es gibt ein Spiel Kindhandgranaten Baumeister, nein Werfer, nein Horter Sammler oder Horter Mach Horter EP beim Materialeinlagung Ja Oh ja, Granaten Wo sind die? Da unten Oh, wir haben nichts Was denn? Genau, dass ich nie Granatenspiele Ach, die beste Sammelkarte Die braucht Plastik Ja Habe ich gerade verschwendet Nur Hast du nicht Ähm Ich werde das Warum verstehe ich immer weniger Wenn du Sagst Handgranaten Das sind ja eigentlich Splittergranaten Das ist mir egal Ja Wie viel brauchen wir 19 2 Level Noch Ne 17 Brauchen wir Ne Wir sind 17 Ne Doch Wir sind 17 Echt bist du sicher Bist du sicher Ah ja Ja Ah ja Warte ich guck mal Was braucht man dafür Meintest du Level 19 Hier bei mir Und elektronnteile Achso Alles klar Gut So Ausrüstung verbessern Machete Ja Mach das doch einfach Zack Oh Also können wir überhaupt nicht schnell sammeln Nein gar nicht Ja Und das Gummi ist ja jetzt auch Ne Okay Ah Neue Erfindung Diese Treppen da Ja Ist mit sicher Halt Ich sehe mich nicht Sag mal Was fällt dir eigentlich an zu greifen Düt 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 Dann war das Gummi rein Gute Idee Also echt hier Was soll denn das Zum Zombie Frechheit Ich hab die Deutschen Hatten wir noch Eisenofen gesteckt Oder Eisen ist noch im Ofen Ja Dann müssen wir da vielleicht Mal hingehen Das alles am Ende Ja Aber ich mach erstmal wieder Leveln Ja mach das Ich geh mal gucken Ob ich Eisen finde Ah Warte mal Auseinandernehmen Weg mit der Badewanne Ja Ich mach doch gerade schon Das wäre der nächste Raum Den ich auseinandernehme Was soll ich die Badewanne abbauen Die Badewanne geben mir so einen Sack Ja mit 30 Und wir waren 29 Dieser blöde Eine Schaden Ja Radio Ja Mach Das war ein Schaden mit Holz Das war ein Schaden mit Holz Das sieht aus den Heizern glaube ich Ja Eisen Perfekt Aber trotzdem Ich fand das gerade Ich fand das trotzdem lustig Gerade wie ich mich wieder geflucht habe Ich will nicht wissen was ich Ich habe gedacht Ganz kurz da drauf So Ich habe es ja auch gesagt Bist du bescheuert? Kann man doch fragen Ja Ich muss das einfach nur mal Schreib mal deine Gedanken Zu seiner Reaktion Schreib mal rein Genau Ich bin gespannt So Erstmal Aufräumen Ja Spiel sagt Wir können nicht rein Spiel sagt Ups Du kannst doch rein Ja Das eigentlich nicht Neustür damit kaputt geht Weiß dass Das Mäntel ist Oh Küche Oh Da gehe ich rein Da gehe ich nicht Ich würde mal sagen Zu spät Ich bin schon drin Aßneinernahe Zerstören Elektron-Teiliger Woll Ja Damit Aus dem Herd Trinkt man die Ja Und auf den Kösten auch Anerlösenköste Aus dem Großen Ja Wir sollen eigentlich mal die Relees langsam weit machen Echt Wenn wir da so weit sind Eigentlich Relees war fertig Warum die so wichtig Ja Aber Wir haben gerade keinen Bock zu Ja Wir sind gerade abstand Ich höre an Wir wollen Wir wollen Level Ups Wir wollen Heul Wir wollen das Haus Hier mal wieder Und wir brauchen Material Ja Ja Ich werde sich Level 22 werden Ja Ich habe noch einen Takt mit ihm Ach du heilige Scheiße Wo kommt der denn her jetzt Äh der ist tot Ja Und ich fast auch Doch Wo kam der denn her Aber dann könnten wir ja sogar da hinten jetzt hängen und den machen Wir haben den eben gekült gekriegt zu zweit Ja Oder wir Oder wir fahren noch mal ein paar Level Und Holen uns die Kontaktminen und machen den noch halt was einfacher Und haben gleichzeitig noch was real Ja ist doch noch Also ich würde eher Das bevorzugen Was redet der aus der Wohnungswand Was ist das kenne ich nicht mal Was soll denn das sein für blöd sind Äh die haben uns doch gerade auch Äh arrangiert Dass sie doch äh Freiluft wohnen Oh ne Die wollten doch das Haus Äh von Grund auf erneuern Ja haben wir das gemacht Sind doch Zombie Welcher Zombie Wer ist tot Äh 55 Oh das ist gemein Okay Ja man merkt mich Wie krass die EP sammle ich schon wieder Zu spiel Kind Nein ich hab's extra benutzt Damit äh Damit ich schneller das Holz farmen kann Ja weil du faul bist also viel Kind Ähm Ähm Da ist alles nur da Leider brauchen wir für die Akte Und unseren Portflakammer Ja Noch einer von denen Ähm Hallo Ja und der äh der äh der braucht Elektroschrott Ja diesmal hab ich äh den Schaden auf mich genommen Und ihn gekillt Weil der geht mir jetzt echt auf den Sack Und nochmal Stoff Oh ja das war schönes Ja eigentlich sollten wir für ein Gegner sein Aber äh Wer ist der Handball Wir Boah Ja klar Guck mal nur wegen dem Eimelhaus sind wir schon äh Ja Was sind da nicht zu Tränen Und vor allem wenn wir das gleich alles noch abgeben Was da mit Erfahrung gibt Jetzt geht das Gesamme wieder los mit uns Seh schon Ja Man sollte uns keine äh Baseballschläge auf äh fast Maximum geben Nee das war uns keine gute Idee Wir sammeln damit nur alles einem was geht Eigentlich bräuchten wir die Faust Gibt uns lieber nicht die Faust Dann steht die Welt auf den Kopf Aber sowas fun Alter Wieso fasst du den Himmel ab? Ja nur durchs Haus Ja Und wir sind Und wir haben noch nicht Material abgegeben Ja Nicht mal das Soll unbedingt auf Level 22 kommen Das kann ich nicht Dann haben wir die Kontakte Und dann sind die Dumpen ganz schwer Nee die müssen wir dann nochmal aufbessern Ja Achso apropos äh Wir brauchen ja so ein Lattes Hand Da hab ich ja die Kontakte Lieds Das soll sich aber auch machen Weil das ist wichtig Du weißt du kurablern machen die Dinger Ja Äh Du Du Also achter dem Waden Spielstand Das hab ich da would du mit Titan nicht Daμέne Frage Was ist Titan? Ähh da steht noch was das haus ist noch so das haus ist das haus ist so ich schreibe die kommentare schreibt man jetzt ob wir das ordentlich genug gemacht haben ist das ordentlich lust oder zeit die nächste woche schwert und schild die c für die dünaraids interessiert die legis ach so er möchte ganz gerne wissen ob wir mit ihm nächste woche die schild und schwert dc schild und schwert ja das kommt kam sie in puppe raus nein er wollte er möchte ganz gerne die legis von schwert und schild fangen ja klar kommen wir machen nicht also ich hab zeit ja muss man aber ich soll es doch ein kopf das ist ordentlich genug es ist die das sauber genug wir müssen schon wieder ich will hier noch mal kurz gucken ob wir noch die ja jetzt weißt du warum ich den kompaktor gemacht haben ja und das sind ja nur die wir haben ja nur den gewöhnlichen kompaktor ja was wir schon wieder alles abgegeben wir haben wie das gleich zeigt das ist doch so das ist doch so ordentlich jetzt jetzt perfekt da stand noch ein stuhl das geht gar nicht hier frechheit das aus wie wie bei minecraft wissen sie gestern mit dem sand ich wollte den baum mit der explosion fels hat leider nicht geklappt man so viel kind ja ich habe ihn gefällt weil ich hätte nie mal jeder ausgerüstet weiß man so wie wir sind wir haben immer noch nicht alles abgegeben was wir haben immer noch nicht alles abgegeben was wir sind doch einmal machen jeweils kommen wir ja noch einmal machen ja vielleicht doch nicht daher kommt mal her ich wollte hier noch die sachen einsammeln ja noch geben kann was er trotzdem aber erst noch nicht ganz voll aber trotzdem cool da steht noch was wer hat das verstehen gelassen unwirklich sag hier steht nur noch mehr sachen rum sag mal wer lässt das hier stehen ey hier steht noch im stuhl sag mal das muss doch wohl nicht wahr sein hier was soll denn das was warum steht da eine standtour Mann soll es nicht schein ich fange hier genauso schlimm an wie Dost ich habe meinen Kopf jetzt flert und flucht auch immer so rum wir haben jetzt nochmal durch nochmal 5000 durch die belohnung gekriegt ja ja super und jetzt oh ja level up fleißiger Schüler oh ja noch mehr noch mehr EP komm knall rein wir brauchen EP äh ich hätte ein lustiges Videospiel getestet da war Charakter der süchtig war nach Kräutern Kräutern ok und wie die ganze zeit mit zitronen gras haben wollt wir sind nur EP jumpies wir können nicht mal ohne EP wir kriegen nicht genug davon was hast du denn da jetzt was die base macht die drei nein 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 Eisblock das war ja ist wichtiger ja den fehlt es nicht noch was jetzt um in die Wiese ja ja der gut da oben ne da brauchen wir nochmal Fell oh und danach müssen wir Level 20 erreichen also nochmal ein Level ja ne noch zwei Level verdammt die Hits ja wir haben wir haben untersuche das Bauernhaus auf Schlosshof Bauernhaus auf Schlosshof ah ich weiß wo das ist ja wir ähm guck mal komm mal komm mal mit 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 wein ich da eben irgendwo eine Quest halt das ist ähm ich hab doch schon markiert das ist drüben ja wie kommen wir da jetzt hin äh äh also nicht in die Militornbübelseitigen aber das macht Spaß ja von und zu du 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 komm mal her ja ich hänge ah ne das der jene wie der Turm ist ja und da oben ja du sollst ja das war der frei halt ja der killt uns dann doch noch relativ schnell wenn er zuschlägt äh nur Zombies schau ich hätte zu Wölfe gehofft ich auch Spucker die sind auch nicht so schlimm äh ah oh verdammt ach ja also macht die machete mehr schaden oder nein der Baseballschläger achso ok machete macht nur ich bin tot ich habe ihn geklärt durch die Säure ja und ich habe noch die Mehl Vibration hm ich gehe das mal einsammeln hier ja warte mal kurz äh da ist noch ein Lagerfeuer jawoll guck mal auf der Karte äh ja wir sind in die falsche Richtung aber wir sind das war Schrottplatz ach cool und da ist ein Brunnen ja und da wo äh das und wir waren eigentlich schon richtig ne wir sind halt nur falsch gegangen ja ach warte mal hier gab es doch oh ja oh nein 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 ich wollte noch nicht also alle ich wollte den Wolf töten den Hund ja und da ist noch ein Streihals pfff jetzt nicht mehr ja ich weiß ich wo du deinen Streihals siehst tut mir leid der liegt da also ich sehe da nix da ist nicht nur ein Wolf ne Fell perfekt die die noch ein Fell Da kannst du erst mal was durchsuchen. Knochenbest. Ja, zwei von drei. Da kommt noch mal ein Bund. Spielkind. Ah. Was denn? Nein. Ich weiß, ich bin wieder unmöglich. Holz. Nee, du musst ja dann nur noch wieder mal zurückgehen, weil da... Ja, nee, ich wollte nur gucken, ob wir noch etwas finden können, was wichtiges. Nee, das ist Metallschrott. Das brauchen wir nur für Eisen. Ja, und aus Eisen wird? Wird Stahl, ja. Und aus Stahl wird? Wird Titan. Und aus Titan? Kann man nichts weiter machen. Nee, wird nur die beste Woche. Ja. Oder die besten Waffen. Auch irgendwas zu suchen. Ne, einsammeln. Ah, Eier oder sowas. Ja, ja, tatsächlich. Cool. Kann ich auch gleich noch was zu suchen. Elektroschrott. Perfekt. Gubi. Ja. Da hast du durch einen Schrottplatz gegämpft. Ja. Warum nicht? Wollen wir eh machen später. Hier gibt es eh noch eine Quest, die wir machen können. Deswegen, das bringt uns auch Erfahrung. Ja. 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 Jetzt hauptsächlich das Material grad um die P-Farm. Ich hole dich gleich wieder. Mach, geh aber dann erstmal zu dem, äh, Hofwind, die wir markiert hatten. Bevor wir zum Schrottplatz. Aber wir hatten wenigstens, haben, hat es sich gelohnt wegen der Abkürzung. Ja. Und? Wir haben dadurch noch Fell bekommen. Ja. Ein Fell fehlt nur noch. Dann können wir den Korbohrwut machen. Dann halten wir in der Wüste noch mehr aus. Aber was ist denn in der Wüste große? Gibt's doch nicht viel außer verschollten Korboi und... Ähm. Nein. Wir müssen durch die Wüste. Um, äh, die Gasmaske zu bekommen. Ja, aber dann müssen wir einfach das Ding hier hinten öffnen. Nein. Dafür müssen... Nein. Du musst dann durch die, äh, du musst doch komplett durch die, ähm, in der Nähe vom, äh, Endboss in der Nähe. Musst du doch lang gehen. Ich komm da nicht durch. Ist das gemein. Doch kommst du. Ah, so rum. Ich glaub so rum. Ja. Es blügt nur normaler Zambi. Viel Kind. Oh, Mann. Ich weiß, du kannst dich wieder aufregen, ne? Stoff. Nicht anfassen. Er wollte doch bloß ein Autogramm haben. Das ist mir doch geil. Gib dem keins. Ah. Das hat mit einer Quest zu tun. Okay. Das kann man jetzt öfter. Das hat mit einer Quest zu tun. Alles klar. Ups. Das hab ich nicht gesehen. Und schlägst zweimal drauf. Mit einem Vorschlag kann man nur noch Ohren nehmen. Ich weiß gar nicht, was du dich jetzt aufregenst. Das hab ich nicht gesehen. Das glaubt ihr aber auch mit einem Blinder mit einem Krückstock. Ich weiß, das sind lausige Ausreden. Lausig? Nur nicht die Ausrede, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Ist sogar noch effektiver. Ich wollte halt lustig sein. Was soll es zum Lachen bringen? Okay. Ähm. Nichts genug rumgehalten. Du solltest mal in ja ne Richtung. Ich weiß, im Tal herum machen. Einmal das und du musst halt über die Brücke zurück. Genau. Gut. Dann lassen wir über die Brücke gehen. Und genau. Dann machen wir mal ganz kurz. Ah. Halt. Über die Brücke. Nicht daneben bitte. Warte mal. Du meinst zum Hof, ne? Ja. Du musst zurück zum Hof. Ja. Warte mal. Dann müssen wir in die Richtung. Gut. Das sieht das, wenn du jetzt mit Leuten auswendig kenne und dadurch die Wege relativ gut kenne. Das ist der Dom. Ja. Also wenn ich so geiler reparieren habe. Aber viel Titan. Das werde ich so gut machen, weil das ist wichtig. Ja. Ich begrüße natürlich auch die Leute, die gerade eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ja. Falls ihr Tipps und Tracks habt, könnt ihr sie ruhig schreiben. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie auch ruhig stellen. Und ähm. Hm. Ja. Ne. Das ist die Markierung gewesen von dem Haus. Ja. Das ist die Quest. Und die. Und der Quest, äh. Ist. Ähm. Aua. Ach. Ach. Verdammt. Ja. Da war der Dick jetzt zu stark. Gut. Den dicken schaffen wir so noch nicht. Nein. Du hattest ja auch nichts im Inventor. Ja. Ist ja auch nicht so schlimm. Äh. Was machen wir jetzt? Also weit zum Hof. Da müssen wir eine Hohe mal richtig markieren glaube ich. Weil. Äh. Erstmal. Knochen. Der Mist. Schrei halt. Nerv nicht. Keramik. Gut, dass ich alles abgegeben hatte vorher. Ich habe ja nicht wirklich viel verloren. Ich glaube ich hatte eine Sache drin oder so. Ah. Knochen. Ich brauche ein Fell. Verdammt. Knochen. Ich brauche doch nur noch ein blödes Fell, dann wären wir doch in der Wüste. Was soll das denn jetzt? Nein. Wir müssen erst Level 20 werden. Wie ist Level 20? Weil da gibt es dann erst den nächsten. Ach ja. Wir wollen uns das Safari Outfit. Stimmt. Stimmt. Ah verdammt. Nur das Lachen will. Ähm. Gerade im Farmspiel bei einem Bullen gekauft. Äh. Sekunden. Fell. Fell. Perfekt. Korrigungskörper machen. Jawoll. Aber nicht hier. Weil hier greifen. Ja. Wir müssen dafür dann äh. Wo war näher der blöde Ausgang? Hier. Komm her. Nee. Das war der blöde. Äh. Da ist der blöde Eingang. Nee. Du gehst dann zurück. Ihr wollt nach weit über die Brücke, da dachte ich. Geht doch nicht. Wir brauchen dafür den Profi Dietrich. Um die Quest zu machen. Ja. Ach so. Ach so. Ich verstehe. Ich verstehe. Scheiße. Ja. Ja. Ach so. Ach so. Ja. Ja. Du gehst dann. Ja. 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 nicht über die Brücke rüber. Nein. Doch. Weil hier gab es keinen Ausgang. Der Ausgang ist wie ganz da unten und da kommen wir nicht hin. Nee. Oh. Stimmt. Entschuldigung. Ist das ein Schatz? Ja. Darum rüste ich gerade von der Angle in eine Schaufel aus. Ja. Dein Buddel-Mom. Mein Freund. Ja klar. Eisen. Jawoll. Das brauchen wir. Ja. Na. 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 Boah. Ja. Und stopp. Wir können die Sanseck zerstören. Jawoll. Ja und wir müssen jetzt mal kurz gucken wo. Wo wir sind. Oh nein. Oh nein. Was denn. Wir sind glaube ich jetzt auf der anderen Seite gelandet. Freiheits. Ach stimmt doch. Freiheits, du nervst. Ich weiß, wo wir sind. Und dafür. Ihr seid kurz. ja wir sind vom schrottplatz in unterfield ja und hier war doch noch ein lager ja das lagerfeuer ja darum granaten zombie schade leider nur auf 60er basis irgendwie kamen wir hier ja hier durch ja wenn ich mal durchkommen würde und hier durch ja nix dadurch dass mit der container weg du wollt die tür spartiert ist ende war gleich wieso 60 ich will ja auch nicht dadurch sondern hier durch ne ach so ich bin die tür nein da ist gar keine tür kommt man da rein jetzt hier oben hier lang und da kommen wir jetzt durch und zack tada da haben wir hier den respawn punkt habe ich viel aus dem körper verbessern können ja aber bringt uns nichts in der klare temperatur aus ja aber bringt uns nicht so viel weil wir immer noch das outfit brauchen meinst du da brauchen wir stein für da brauchen wir zwei plastik oh ja ich habe was schönes gesehen ja ich auch elektron ja ich habe das mit absicht kaputt gemacht so denn mir ist es auch schon mal passiert dass ich persönlich im kampf ausgeschlagen habe fast gestorben bin deswegen ich beseitige einfach gerne zu gefährlich ja vor allem wenn man nicht im kampf ist ja der granatenzombie ey sind mehr eisbeeren oder in der wüste was zur wie man ist das mit eisbeeren in der wüste das passt überhaupt nicht und der wüste zusammenhang zusammen was zusammenhang ja deswegen das zusammen was ja deswegen das zusammen was da gab es kein deswegen das zusammen was ich frage wie du äh die logika in der wüste was am eisbeeren in der wüste zu suchen ganz einfach dem jetzt ist wohl am notpol so kalt oder kennst du eine eisbeeren art die in der wüste lebt ich kenne nur frost wollen die da ganz gerne hinziehen wollen in dem farmspiel in drei wüsten eisbeeren auf sand ok das spiel macht ihr dann noch mehr unlogisch als des met ja wir haben wir haben den rucksack wir können den rucksack verbessern au ja ja aber nach wie oben nach jungen au ja kommt gut zu verbessern ist nicht gut stutzplastik und plastik und holz holz morsches holz das war erst da irgendwo höre mich auf den weg zu liegen hier abmarsch so vielleicht liegt nicht mehr im weg damit ja wenn wir nur in die truhe gehen so was jetzt na was wohl jetzt haben wir die rucksack maximum aber locker 15 teile oh das ist gut schieß mal rein genau mach eter drei steine ok das kriegt man gut hin und elektron teile kann man ja sammeln ja jetzt sollten wir mal dann ja wir sind ja jetzt eh auf dem weg nah warte mal ganz kurz wo kriegen wir jetzt stein her ich bin 23 45 uhr aufgestanden was stimmt mit dir nicht warte 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 kein leer machen verdammt ja ohne Leben zu verledigen getötet ach ich hab auch viel Leben verloren wo macht man das ausweichen jawoll ich hab den Akku ja auf mich gezogen ja warum machst du sowas auch echt damit du ihn erledigen kannst was für eine arbeitsteilung hier du ziehst die Akku auf dich blödsinn boah das haben wir die Baseballkarte toll eigentlich brauchen die Baseballkarte gar nicht nein aber die müssen wir trotzdem herstellen weil ja wobei sie hilft dem Baseballschläger Rückstoß halt zu erhöhen halt ne ja ich dachte das ist du gleich was du warst aber nein ich war nicht das ist gut level up wer sind wir 19 verdammt drei level doch da haben wir die Minen ah wir gehen gerade wieder dahin wo das relais ist oh ja das will ich jetzt auch machen das relais komm lass uns das machen komm wir haben die machete und den baseballpfleger das wird doch jetzt reichen eigentlich 153er crit ja so wann hättet man den und den dicken werden wir jetzt wohl zu zweit kriegen irgendwie jetzt wird farming spiel richtig gesackt seltsam warum denn das warum das denn igel erzähl mal wieso haben wir hier stoff übersehen ganz einfach mal 60 gott das eine normale werfer west sucht blaue blumen eisbeeren in grüner wüste grüne wüste so also ja da geht wenigstens noch ja das ist logisch kommt ich will die dicken erledigen jetzt kommen ja erst mal lagerfeuer weil bevor du da kreppierst wir werden nicht kreppieren zusammen ist das gleich tot ich nehme lieber lagerfeuer und habe ihren respawn punkt hier ist doch eins ja da komm her ja die ist doch hat mir nicht 52 ja eifriga schüler noch mehr epp über treibens klar wir haben noch 49 durch ausschuldigung wer ist bisher noch gar nicht aufwärtsschuldigung und welches durcheinander wie ich habe auch nur elektro schrott schade dass ich die elektronen teile mal wieder mein wissungsrelais öfter mit lustinika station da öffnen können dann später ja ich will ihn das töten kommen ja ich gehe es umlegen ja ja wo ist der schweinehund stark immer sein ja du wolltest wo er ist da kommt das hier geht um ja jetzt ist aber schluss damit freundchen schreiheit ja von teil ja da bin ich schon kassiert aua was warst du wert dass diesen erst mal jetzt wecken wir müssen das dafür setzen wir machen es einmal das dahinten fertig ja und wir nehmen erstmal den zaudi aufeinander ich würde sagen wir haben genug eisen ne können wir nicht haben Stahlproduktion Eisen äh Titanproduktion ja jetzt kommen wir die jetzt kommen wir das machen wir nicht an wir brauchen noch viel mehr ja ich nehme alles wird was ich hier finde Tag 7 haben wir schon ja und überlegt mal wann wann waren wir hier nicht in Tag 7 ich glaube in Tag 23, 25 ja und jetzt sind wir Tag 7 schon hier wusstet ihr dass ein ähm äh 90% aller pokemon auf der switch äh spielen kann ja ne nein das wusste das ja eigentlich mit oder du hast du hast geschrieben ohne dlc das glaub ich eher nicht mit dlc kann das möglich sein weil mit dc 93,2 man auf das wird spielen fangbar sind also mit dc ja aber ohne nein oder meinst du das so dass nur weil stein wir brauchen noch den komparator den anderen ich weiß und den können wir mit stufe 19 herstellen ja wir können auch wir brauchen den an südrich machen ja viel spaß mit der katzi ja es all started when the great blue tier dropped from the sky with great thunder it hit mother earth and ripped her open this is how manna came to us the bittersweet gift from the sky so 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 ja so 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 Ah, hab ich ja. Vorsicht! Das hab ich gemacht, damit das Ding... Nee, ich hab's gemacht. Echt? Mhm. Okay. Weil ich wollte dich eigentlich in die Falle locken. Du zerstörst da gerade und ich schlag auf. Und es war ab 5 und du bist weg. Star, klaff mich nicht so als eine Falle locken. Schade. Ich bin bescheuert. Überhaupt sonst was drauf. Nix. Da musst du früher aufstehen. Schade, hätte ja klappen können. Nee, nix. Ja, wir haben ja jetzt Baseballschläger. Bei der ersten... Bei der Anfangsstadt können wir ja dann auch entscheiden, ob du den... Weg durch die Öff... Oder uns zeigen... Ja, das stimmt. Okay. Was haben wir hier denn noch? Alles plattweizen. Alles weg da. Weil einfach so Eis kann alles einsammeln. Nee, wir müssen ja dann noch alles einsammeln. Ja, vor allem das Eisen wird uns helfen. Dass wir dann richtig Stahl herstellen können, dass wir dann die Schaden machen können, dass der Tom dabei repariert da hinten. Ja. Ah, schade ist, für diesen Vorschlag haben wir jetzt nicht. Dann werde ich erst gleich mal in die Jule gerannt. Weil ich jetzt aber drauf in die Jule gerannt habe. Ich weiß nicht, ich hätte schon Bock das zu machen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt schon... Nicht mit Baseballschläger, also... Warum nicht? Herausforderung. Die Zombies waren ja schon... Also, das DLC... Sie müssen ja dann eh erstmal gucken, wo... Warte mal, ich guck mal, wo das... Ähm... Labor sein soll, ne? Ich hab da ja so ein Vermute, wo das ist. Äh... Geh mal auf Quest. Was denn da? Pika... Im Stahlwerk ist noch eine Quest. Hä? Kann doch gar nicht sein, die wurde erledigt. Ähm... Das ist das. Der verborgene Archipel. Irgendein... Irgendein... Myst... Mystischen Gerät. Fügt über einen Standort in... Häh... Häh... Okay... Was... Was zum... Ja, wir wissen nicht mehr, wo das ist. Da. Ernsthaft. Wir sind sogar in der Nähe. Ja, also würdest... Würdest du dich das trauen, oder sagst du... Ja. Können wir machen, aber wir machen erstmal Level. Ja. Ja. Ich meine nur. Also wir können probieren. Kommen wir das ja. Wenn wir dann sterben, dann ist das so. Dann gehen wir dann wieder raus. Weil die D-Zombies... Die D-Zombies in der Höhle waren auch nicht mit dem Vorderkammer so allzu stark. Ja. Haben wir ja auch Platz gekriegt, relativ gut. Ja. Vorschlagkammer macht... Äh... Aber... Äh... Fast... 80 Damage. Und... Baseballschläger nur... Ähm... Und hat... Im Trainer... Die Kamezin und Pupo DLC... Schon Pokémon gesehen, die... Neufangbar sind. Neun, ich hab mir noch gar keine... Äh... Äh... Trainer... Nee. Angeguck ich auch nicht. Weil... Äh... Ich hab... Weil es gibt ja auch kaum... Informationen. Genau. Macworld Prime 4. Das wird auch absolut nicht geil. Dann gibt's keine Funktion, wenn man das rauskommt, ne. Ob es überhaupt noch rauskommt... Kann man nicht sagen. Aber es soll wohl kommen. Also... Kommen soll für Ton. Aber... Man... Absolut. Fragzeichen. Also diesmal macht da wirklich, äh... Desperate... Absolutes Geheimnis draus. Mit Internet zu sagen. Liegt dann öffentlich nicht geraten. Nein. Ich darf da gesagt werden. Das ist wirklich ja mit Internet zu. Ich hoffe... Wir werden uns überrascht lassen, wenn es rauskommt. Wir haben jetzt theoretisch gesehen die erste Tafel gefunden. Warum ist sie eigentlich hier die erste Tafel? Wir sehen die Archäologie. Weil da ist ein archäologisches, äh... Zelt gewesen. Hier waren Archäologen. Achso. Und so eine Hintergrundstory von, äh... Desmantel. Äh... Das werdet ihr alles noch erfahren. Also, äh... Wir nehmen da jetzt nichts vorweg. Nein. Ich wollte gerade nur was sagen. Und zwar, dass mich da gar nicht... Als ich darüber weiß... Es ist nicht bekannt, warum was passiert ist. Äh... Ein bisschen... Ein bisschen schon. Aber nicht besonders viel. Also, es ist auch nicht bekannt, warum... Punkt, Punkt, Punkt... Nachher weg ist. Und keine Ahnung. Nein, äh... Das ist wie gesagt, dass wir... Äh... Nein, was du gesagt haben, dass da gibt es die Person halt nachher auch verschwindet. Und keine Ahnung warum. Weshalb. Kann man nichts sagen. Wir wissen nur nicht mal, wie die Zombie... Äh... Also, das... Äh... Ja doch, wie die Zombies so klein sind, ist klar. Das hat mit dem einen an dem König zu tun. Ja, du solltest... Das... Auch ein paar Szen. Ja. Na? Boah... Wir sind ver... Ja klar, nur dank dem Friedhof. Ein bisschen wieder fast Level ab, ich merke schon. Wir haben noch nicht abgegeben. Nee. Wir haben einfach mit der ganzen Friedhof-Kraft gesäubert. Also, wenn wir jetzt nicht Stahl herstellen können, dann weiß ich auch nicht. Da sind wir nicht mit Shakespeare. Bist du doch sowieso nicht. Das sagt man so. So... Steht da noch was? Ja! No. Ohhhh... Alter. Wozu man nächstes Jahr im Sommer mehr sehen... oder hören ist ist das war sechs das kannst du vergessen das soll ehrlich gesagt ist durch den streit zwischen microsoft also durch die anhörung von microsoft haben sie schon das rausgehauen bei den playstation 6 rauskommen soll und das studio hat sogar noch gesagt die wissen noch nicht mal ob er das gold 6 sogar noch für die playstation 6 kommt dann soll die plätze rauskommen 2028 so gar nicht mehr so lange hin wo ist jetzt wo ist jetzt wo ist das blöde lagerfeuer da vorne da wir auch müssen wir laufen ich weiß es nicht oft genug würde ich sagen man guckt ja wann was da liegt wir haben noch nicht mal okay ja wir können ja schon ordentlich einsammeln aber trotzdem wir bräuchten den kompaktor ja hier merkt man man kann mehr stein als stahl einsammeln ja aber es ist okay also meinst du bist doch kein schweißer heißen hey lass es es heißt gesäubert werden und nicht noch verstehen das ist alles wieder putz putz gewaschen gedroschen geputzt aussehen ich verstehe schon alles verdroschen alles entsorgt und nicht mehr stabil nichts mehr stehend dafür wurden wir doch bezahlt oder nicht ja genau und der boden der boden wird aber gewachsen geboren hat extra nee der boden muss brandgerodet werden ach so ach so du bist so weit weg gerade auseinander abschneiden alter wie oft soll man denn noch laufen ach so warte da muss ich wie viele rechner nächstes jahr im neuen konsolen von nintendo bin gespannt ob das kommt oder nicht also also bei nintendo weiß ich noch nicht also es ist es soll laut schon in gelegten informationen die switch zwei so stark sein wie die leistungsfähig wie die playstation 4 glaube ich nicht dran soll dass das glaube ich nicht also nein 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 es nein laut den gerüchten soll also lautet ja den bräuchten wir und das safari outfit ja den bräuchten wir und den teleporter der welt praktisch also laut den ich weiß nach den gerüchten da ich glaube ich war sie wenn du das hinkriegt weil sie hätte gelegten informationen das sind keine gerüchte das sind geliebte informationen ja das ist traurig trotzdem nicht glaube ich erst wenn ich sehe also eine playstation 4 ist heutzutage leider schon schlecht ja was heißt schlecht von ladezeiten sind aber von nintendo dann wirklich reduziert die nein von den arbeitsspeicher her eine playstation 4 hat gerade mal ungelogen terabyte arbeitsspeicher gehabt nein na klar aber halb terabyte arbeitsspeicher arbeitsspeicher sind acht gigabyte so nein ich meinte jetzt ein terabyte festplatte so meine ich das ja gibt es ein tor festplatte hatten die locker ja das ist aber die andere die neu die roh ich weiß genau so ein ich hatte ich hatte noch die erste version mit 500 gigabyte wird das ist ein witz so wir haben den richtig jetzt aufgeräumt ja alter krass so und jetzt müssen wir den den weg darunter den hier und ich können wir hin nicht dass es jetzt dafür zu warm ist hier ist doch ein wollen ja auch nach der pause mal das ist einfach kurz hängen ich will du bist was das ist mir interessiert das war ich will sich gefesselt ja dann machen wir mal sehen wie tendo mal sehen was die tendo macht ja also bei 4 gigabyte arbeitsspeicher den nintendo spielen wird das schon also laut den informationen soll tendo diesmal mehr arbeitsspeicher verwenden ja doppelt so viel wow doppelt so viel ist aber gut also würde ich das herstellen 16 gigabyte und bin gestorben durch die pflanze scheiße ja durch die dachl macht doch nichts nicht so schlimm gehst du da kurz alleine hin und guckst so ist nein also die ps5 hat dann auch nicht so viel arbeitsspeicher doch die hat 16 die ist doppelt die hat sony liegt wirklich wert drauf und durch die ja und durch die verkürzten ladezeiten wegen der ich weiß was gut du wirst du erkunden warte mal ich habe gerade die brücke gesucht ach so nein da soll das sein am himmels willen oh gott nein 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 wir haben das der herz hat gefunden ich habe ich konnte gleich in die ecke ich sollte sich ernsthaft rein gehst sich ernsthaft rein was soll das willst du da als erster der alles angucken oder was ja 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 hallo viel spaß ich kann ja gar nicht dabei sein ich bin noch tot weil ich liege nach ohne drin ja hallo 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 ok ja aber das gebiet müsste machbar sein wenn dies so einfach so gegangen also eigentlich ja sie haben immerhin das erste mal in 40 jahren bei den spielern wegen performance entschuldigt ok und deswegen hoffen viele dass nintendo mehr leistung keule schwingen lässt da bin ich lass uns überraschen bevor wir beurteilen lass uns überraschen wie gesagt ich bin mein ja aber leute das war es erstmal für den stream wir werden noch kämpfer 5 nehmen und ja dann würde ich mal sagen ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ja und ihr wenn ihr das auf youtube seht und euch die folge gefallen hat lasst ruhig ein like da falls ihr tipps und tricks habt ganz gerne in die kommentare ähm falls ihr mal live dabei sein wollt link in der video beschreibung und ansonsten würde ich mich persönlich über ein abo freuen wenn ihr nichts mehr verpassen wollt hast du noch was zu sagen oh ja und schaltet wieder beim nächsten mal leute dann wird es spannend dann gehen wir da nämlich rein könnt euch schon mal freuen und ich sage dann tschüss bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal